Hallo ihr Lieben, der Ritzo hier. Ich habe viele Anfragen bekommen, zwecks deinem Gewürzabo. Ritzo, wie funktioniert das mit deinem Gewürzabo eigentlich? Und zwar, das möchte ich euch jetzt hier ganz kurz erklären. Ihr bekommt im Prinzip einmal im Monat drei meiner Gewürze. Und im Endeffekt läuft es so, dass ihr zwei Reihengewürze bekommt, also sei es in Salz oder die Pfeffermischung oder sei es in Curry oder wie auch immer, was natürlich immer spezifisch auf auch die Online-Kochsessions abgestimmt ist. Da bekommt ihr wie gesagt zwei Reihengewürze und eine besondere Gewürzmischung. Einmal im Monat zum 15. geliefert. Frei nach Hause. Ganz entspannt. Und da könnt ihr wählen auf meiner Webseite. Geht ihr ganz einfach in den Shop und wählt euch im Prinzip aus zwei oder aus drei Kriterien aus. Ich habe hier ein 6-Monats-Abo und ein 12-Monats-Abo für euch zusammengestellt und werde natürlich, den Rhythmus kenne ich ja, wann wird denn bei mir zum Beispiel, bei meinem Kochverhalten, das Bergkernsalz zum Beispiel alle. Und in diesem Rhythmus werde ich euch natürlich dort mit neuem Bergkernsalz zum Beispiel versorgen. Also ihr Lieben, schaut im Shop rein, wählt euch aus und ich freue mich auf euch, wenn ich bei euch in der Küche stehe, in eurem Gewürzschrank. Also, sportfrei, macht's gut. Ciao ihr Lieben, schönen Tag euch.